Wo? Zwischen den Beinen? Nein, zwischen den Schweizer Käse. Zwischen den Man Breasts. Käse. Zwischen den Moops. Genau. Moops! Ich mache ein bisschen Weapon Crafting. Man sieht, die nippeln nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Willst du eigentlich die Ladebildschirme da raus cutten? Vielleicht. Man sieht's. Ja doch, wahrscheinlich schon. Weil es langweilig ist. Außer wir sagen uns was lustig. Nächster Boy. Geh zum Outfitter und zeig ihm den 80er-Tanz. Den was? Carlton! Ja, warte schnell. Warte schnell! Ich könnte das den ganzen Tag anstehen, Mann. So genial. Warte schnell. Der 80er-Tanz ist der beste. Und... Der ähm... Der Schuffling. Ja, warte schnell. Ah. Zu viel, okay. Und Trusting my Gun ist natürlich auch nicht schlecht. Muss man sagen. Okay, ich bin ein bisschen Zeug zum Kaufen. Warte, ich zeig's ihm noch schnell. Keine Zeit mehr. Oh nein! Der 80er-Tanz Carlton! Falls ihr Freshpins nicht kennt, seid ihr komische Leute. Und... Ihr seid komische Menschen! Jekyll-Akrik hat es den Frenchpins. ... ... ... ... Er ist ein komischer Mensch. Ah, meine Fresse. Ich würde euch ins Gesicht schlagen, Mann. Ich würde euch so richtig brutal mobben gehen. Das Spiel ist einfach perfekt zum Mobben. Und zum Aggressionen rauslassen. Jep. Nicht so wie Fifa. Ja, Fifa ist noch besser zum Aggressionen. Aber da staubt man Aggressionen auf. Was ist Aggressionen? Das ist eine philosophische Frage, Mann. Hör mir auf. Was ist Zein? Definiere Aggressionen. Cokito ergo zum... Aaaaah! Das ist Zein. Cokito ergo zum. Zum es es, zum es es ist und. Das ist Zein in Lateinisch. Also Lateinisch konjugiert. Sein. Oh, nicht so auf Deutsch. Ich bin... Du bist... Jetzt kommt er sein. Wir sein, du sein bist. Was ist das eigentlich für ein Modus? Kill Confirmed. So was? Kill Confirmed. Kill Confirmed. Kill Confirmed. Nein, es heisst nicht. Es heisst Killsen. Was muss man machen? Keine Ahnung. Ich glaube, sie sind da in AFK. Am Tanzen oder so. Nein, da sind sie. Dance with somebody. Nein, ich bin hinter ihnen, ehrlich. Oh Gott. Ich bin hinter allen von ihnen. Oh, oh, oh. Ich war in ihren Mitte und das war nicht gut. Ich bin... Ich wurde gegangen gegangen. Okay, das ist gut. Ja, okay. 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 Wow. Ich habe gerade einen Schweizer Käse gefunden. War sehr lecker. Einen Schweizer Käse sagst du? Nein, sage ich nicht. Ich habe Schocki gesagt. Schocki? Okay. Ganz laut. Was? Schocki. Damit mich jeder verstehen kann. Damit jeder das Wort Schocki versteht. Jeder im Raum etwas hört. Obwohl ich... Vorher irgendwie... fünf Zentimeter vor mir ein Mikrofon ist. Damit auch die Tauben Ausländer hätte. Was verstehen? Hey, ich glaube, wir uns sammeln die Dinge rein. Ach, die Ausländer. Immer diese Ausländer. Raus aus der Schweiz. Mit dem fallen wir gar nicht gestern. Nein, nein, nein. So. Da kommt jetzt eine Abstimmung, wenn du schweißt. Was? Lol, die war schon längst vorbei und Noob. Ah, genau. Ich bin da. Ah, ja. Stimmt. Aber wir diskutieren das jetzt nicht da im Video. Weil... Weil ich Angst habe, dass ihr vielleicht meinen Verschiedenheiten habt als ich und so und dann... das... Bürgerkrieg. Bürgerkrieg zwischen drei Menschen. Äh, wie geht das? Ich habe ja gesagt, der STG geht Konkurs. Geht Konkurs. 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 Ich weiß nicht mehr, was Konkurs heisst. Das ist das Beste. Definition von Konkurs. Eine viermal oder eine AG hat kein Geld mehr. Sie ist pleite. Was, er hat ein Homingstrahl? Wie bitte? Was? Geht das? Er ist einfach rumgesprungen. Der Strahl ist trotzdem die ganze Zeit auf mir gekommen. Sein Strahl ist verstrahlt. Er hat mich gestört. Er hat mich gestört. Er hat tatsächlich einen Homingstrahl. Oh ja. Kein Leben mehr. Aber sowas gibt es doch nicht. Doch. Ich glaube schon. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die OP? Ich habe niemals nie. Wir müssen ihn einfach schneller killen als hätte ich. Darf? Nein. Du kannst mir nicht sagen, was ich machen muss. Nein. Tatoos musst du machen. Mehr davon. Definitiv. Mehr Tatoos ist immer eine gute Idee. Und ins Gefängnis kommen. Das ist auch eine gute Idee. Mit so Babys drauf tätowieren. Und sicher gut an im Gefängnis. Wo ist der Untermann? Wo sind sie hin? Der eine ist drunter. Alter, der hat Rocket Jump gemacht als Arschloch. Es gibt Rocket Boots. Die will ich. Die sind cool. Ups. Okay. Ich hätte dich fast geheilt. Aber nur fast. Aber nur fast. Nein. Nein. Rocket Jump. Nicht cool. Nicht cool. Swaam. Rocket Jump. Swaam. Spaaam. Staabitch. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Ein Badman. Ein Badman. Habt ihr ein Badman zu Hause? Ein Badmann zu Hause? Ein Bademann zu Hause? Ein Badmann zu Hause. Ich bin ein Badmann zu Hause. Habt ihr ein Badmann zu Hause? Das will ich jetzt wissen. Das ist sehr wichtig. Ein Badmann. Das ist dein spezielles WC. da kann man das auch. Definitiv. Der Bart, der Bartmann. Und der hat einen Doppeljump, der hat einen Booster Stiefel und so. Kann man das kaufen mit Geld oder kann man das? Ja, mit Geld. Nur mit Geld ist das OP. Das ist ja trotzdem Pay-to-Win. Nein, man kann das im Techbaum kaufen. Doch, aber die Kleider lenken ab. Also, ja. Ja, man lenkt, wird abgelenkt und dann so. Ja, durch Moves und so. Ja, durch all die Moves. All die Moves. Oh Gott. Jeden einzigen Moves. Wo bist du hin? Da bist du hin. Wo bist du? Da bist du. Wo bist du? Da bist du. Hier, wenn nicht da bist du. Da kann man ein Lied draus machen. Krogi To. Krogi To. Was? Ne, Krogi To. Krogi To. Krogi To. Krogi To. Krogi To. Krogi To. Hau auf. Hör einfach auf mit diesem Geräusch. Nein. Dann heil mich nicht. Doch. Heil Jeremy. Ich finde es cool. Die zwei. Oh Gott. Es ist einfach sozial. Sag man dem. Sozialigkeit. Was ist Schöchschl? Das ist Schöchschl. 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 Schöchschl ist Kuchenbrei. Schöchschl. Wie? Das ist die Zierden. Wie heißt der Monat jetzt da? Der Apfelkuchen Monat. Kuchen, Marmelade. Kuchen und Marmelade. Und Marmeladekuchen. Äh, Marmelade mit Kuchen. Ja, voll. Äh. Nein, eine Marmelade und eine Kuchen nur als... Siehst du, der trifft immer mich. Egal wo er hin. Ich heile dich dafür. Wo du hier? Aaaaaaaaaa. Ich seh' nicht mehr. Es ist okay. Darum werde ich ihn jetzt hauen. Ich habe gefragt. Ist gut. Wo ist du? Wo ist du? Wor 이용? Was ist noch nicht gemerkt? Ich liebe das Spiel. Liebt ihr das Spiel auch? Fragezeichen? Ich mag es. Du magst es? Okay, ich liebe es. Ich mag es sehr. Es ist mein Freund. Es ist mein Freund. Es ist mein Freund. Dein Freund, wirklich? Beste aus dir in den Sinn. Ich bin enttäuscht. Wollen wir hier anfangen, Englisch zu sprechen? Das ist okay. Das ist gut. Neu Englisch. Neu Englisch. No! Ah. Je neu. Das Video wäre ja schon komisch, aber jetzt ist es definitiv komisch. Je neu. Das Spiel ist komisch, das Video darf auch komisch sein. Das ist wahr. Unser Video passt zum Spiel. Lass uns in Ruhe. Das Spiel ist komisch, das Video ist komisch, alles ist komisch. Ohne BAM ist alles komisch. Thanks Obama. Das hat Obama mit der Sache zu tun. Obama hat immer mit der Sache zu tun. NSA. NSA, Datenstellen. Wir stellen jetzt unsere Videodaten. Haben wir jetzt alle Informationen einfach gesagt und so? Ihr russischer Filter hat gerade ausgeschlagen, weil der russische Stimme in einem Spiel entdeckt hat bei uns. Das ist lustig. Wir verlieren. Was ist das sinnvoll? Waben. Waben. Hey, aus so etwas von gegen einen Schwabbeli, Schwabbeli, Pups. Immer. Ich hab nicht. Ich mag deine Geschichte. Ah. What? Nein, das ist nicht männlich. Das ist nicht männlich. Das ist nicht männlich. Leben. Oh fuck. Da war nur eine Wand zwischen dir. Oh, da ist dein Schottkant. Benutzt sie. Oh fuck. Wieso? Fertig heilen. Wieso? Tust du mit das an? Du an? Granate! Bei 7 und 2, 8. Sieht sehr knapp. Ah. Ich hab mir eine andere Sache gebracht. Sie haben mich verbrannt. Verbrannt in mehreren Stöcke. Verbrannt in tausend kleine Stöcke. Keine dich. Gott. Ah, Pikachu. 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 Pika, Pika. Pikachu, Pikachu. Pikachu. Oh no. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Oh no. Das war schnell. Der Enemy. Wir sind am verlieren, Leute. Können wir bitte nicht verlieren. Ich will damit auch ein bisschen tanzen. Du willst. Tanz mit mir. Jep. Das war so. Oh Gott. Ich sterbe. Ich bin tot. Er ist tot. Ja, er ist tot. Wir haben gesiegt. Wir haben Pair gewonnen! Gewonnen und verlieren gleich Pair gewonnen! Nein, wahrscheinlich nicht. Ich gewinne das noch! Komm schon, ich helfe euch! Das ist der mit dem OP-Strahl. Der hat wirklich ein OP-Strahl, das ist nicht mal lustig. Das könnte echt knapp werden! Das Stiefel hat drauf! Wir schaffen das! Okay, wir schaffen das nicht! Wir schaffen das nicht mehr! Oh nein! Er darf nicht mein Ding einsammeln! Du warst zu langsam! Definitiv zu langsam! Ich bin schuld! Du bist schuld! Ach ja, noch etwas! Es ist kein Grindy-Spiel! Ihr bekommt recht schnell Bluts und so! Nur so, damit ihr es wisst! Bluts ist das, womit man Zeug kaufen kann! Ach ja, Bluts! Also wir sind Vampire! Das haben wir noch nie gesagt! Ja, Vampire! Ah, Blut! So lustig! Nein, war nicht lustig! Einfach nein! Deshalb bin ich auch so gelacht! So komisch! War das für heute oder nehmen wir noch mal eine Runde? Also wir sollten noch einmal mit dem Hammer spielen! Also spielen wir Hammer! Also kraten und dann rein! Ist gut! Si! Ja, ja, si! Haben also! Wir haben hier gekratet! Gut! Wir haben gekratet! Ja, wir haben gekratet! Hallo! Ok, ist gut! Ich werde nochmal kraten! Ah, ist gut! Ich bin schwul! Ja! Ja! Ja, finde ich sogar! Das ist langsam schwul! Weisst du! Hm! 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 Ich habe keinen Alkohol gehabt! Ja! Um ein bisschen Wein! Äh! Dann schneiden wir das immer 10 Minuten Video oder 15 Minuten! Nein, es gibt ein SDG Spiel! Spassig! Ja, aber ich würde nicht die ganze Länge anschneiden! Keiner schaut das ganze Video dann an! Nein! Wicha! Hättest du noch nicht dieses Ding gesehen! Doch schon! Alles immer schön lustige! Oder all diese Fotos! Immer lustige Szenen! Ja, ja! Ich weiss! Das weiss ich! Aber vielleicht haben wir nachher trotzdem noch zu viel Material! Sprich! Du tust es nachher trotzdem rein! Du tust nicht zu viel! Nein! Nicht zu viel! Nervig ist rausgegangen! Ich kann die Jedi selbst gestört! Äh! Wegen! Ja, aber theoretisch müssen wir mal ein SDG raus machen! Wir könnten ja auch einfach... Doch! Ja, aber das wollen wir sonst ausmachen! Einfach so... Wir machen nicht irgendwie so komische Let's Plays! Nein! So komische... Ja, aber einfach die Volllänge kannst du aufladen! Ich würde nicht zu voll aufladen! Oh Gott! Es gibt tiefere Qualität! Es ist viel packend! Es ist tiefere Qualität und langwieriger! Ja, ja! Aber dann würde ich eben trotzdem... Also wenn es über 10, über 15 Minuten sind... Könnt ihr mich hier Party rein? Trotzdem in zwei Teilen... Nein, nein! Idus! Wir machen es eigentlich nie über 15 Minuten! Könnt ihr mich hier Party rein? Schau! Ja, Junge! Nein! Wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen! Nein! Wir haben eine Halbstunde! 20 Minuten vielleicht! Doch nie 20 Minuten! Es geht schon! Oh Gott! Also Niki, machst du... Äh... Ja... Es ist gar nicht schnell! Es ist mir jetzt echt wie eine Stunde vorkommen! Ja... Hey Alter! Du kannst mehrere Sachen auf einmal! Oh! Ja! Hey Bro! You can multitask! Oh ja! Das tut so viel... Nach Spielen suchen! T... 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 Jackhammer! 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 Ich bin immer nur nach Spielen suchen! Jackhammer! Hä? Es ist ja Kartenabstimmen! WTF! Jackhammer! Jackhammer! Das ist das Hammer! Ja aber... Ich kann ja keine Karten auswählen! Wo kannst du noch den Modi auswählen? Nein, nein! Das ist... Meine Karte steht unten da der Modi vor der Karte! WTF! Ah! Ja! Bei mir steht das wieder presst auf den Hammer! Ah ja! Ja! Äh... Ich will das sowieso alle machen! Okay, ich will das Intro machen übrigens zu dem! Mir ist etwas lustig Sinn gekommen! So Intros wird einfach weitergehen! Ja, ja! Ja, ich weiss was! Nächst nicht! Keine Angst! Aber eben! Wenn man jetzt 30... Ja, okay! Keine Ahnung! Einfach wenn es... Wenn es über 20 Minuten ist, würde ich es trotzdem in zwei Videos schneiden! Micha! Schau uns ein Magica Video! Ja! Wir haben dort eine halbe Stunde aufgenommen! Oder eine dreiviertel Stunde... Eine Stunde! Eine Stunde aufgenommen! Und dann sehen wir schnell wie es rauskommt! Ja, ja! Ich weiss! Reference an! Das ist doch kein Problem! Nein! Wirklich einfach! Nein! Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt mega viel... Mega gutes, lustiges Material... Jetzt haben wir noch 30 Minuten! Hat man nicht! 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 Wenn wir... Wenn wir jetzt haben! Wir nehmen einen Tag auf! Wir holen uns alle lustig zu aus! Wir haben ja nur 30 Minuten aufgenommen! Ja, ich weiss! Das ist das... Achso, ich soll jetzt ab! Ja! Los! 3... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 3... Okay, das ist der Hammer-Modus! Und der ist sehr lustig! Ihr werdet gleich sehen wieso! Man kann Leute mit dem Hammer killen! True story! I got you! Mit dem Hammer! Also der Hammer ist die Frage! Ja! Wirklich! Einfach ist es dein Hammer! Es ist dein Hammer! Ich hab dich gehört! Und du hast doch mal gesagt! Ich sag das jetzt jedes Mal, wenn du mich wiederbelebst! Und er heisst... Aha! Oh ja! Was? Nixerboy ist jetzt auch Heiler, weil jetzt bin ich Buffer! Nein, ich bin nicht Heiler! Aber jemand anderes hat gehört! Okay, ich bin Buffer! Ich kann buffen! Hi! Wirklich! Es ist wahr! Bist du der Hammer? Warte, ich beschütze dich! Nixerboy! Ich beschütze dich! Die Macht des Hammers wird nun demonstriert! Bums! Perfekt! Wie du dich im Eintis bewegst! Hammer! Nein! Der Hammer kill! Nein! Oh mein Gott, ich bin da ein bisschen offen! Ach du bist schlecht mit dem Hammer! Ha! Ich hab dich getötet! E! 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 E wie Erektion! Buff time! Ja, das ist auch mal etwas Neues! Das soll in jedem so Kinder-Leer-Ding sein! E wie Erektion! Wenn man das ABC nennt! E wie Erektion! What? Und dann sieht man eine Frau, wo irgendwie gerade... Okay, nein! Beat Buff! Und Damage Buff! Das ist wie L! L! Löwin! Da sieht man ein Bild von einem Löwe! Und jetzt bei E ist Erektion, da sieht man... Ja! Eine Frau! Hallo! Aha, das passiert, wenn man die Frau sieht! Ah, ja, ja! Fuck! Und bei Fs sieht man dann... Waaah! Das war jetzt knapp! Waaah! Das war jetzt knapp! Waaah! 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 Ich werd mal wieder den Hammer nehmen! Und hab ein Zeit! Ich werd mal den Hammer nehmen! Acht! Und hab ein Zeit! cavig! Ich hab ein Zeit, das ist so geil! Was willst du sagen? Waaah! 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 Aber es geht noch bis 18.. Tch! Tch! Waaah! Danke für Silent Bro! Oh Gott! Heil! Heil, Bro! Heil! Ich bin so was von tot. Ich bin tot. Ich bin ein Schweizer Käse. Nein, du bist kein Schweizer Käse. Du bist ein Mensch, okay? Okay. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe so eine Depression, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Schweizer Käse. Okay, schöne Depression. Ich stinke. Ich habe Muttermilch. Ah, ja. Ich werde wieder geheilt. Ich werde den Hammer holen, weil ich bin am Aufnehmen. Kann man irgendwie nicht Danke sagen oder so? Oder ist das so Anti-Team-Play? Das ist Anti-Team-Play, das Spiel. Das ist einfach grundsätzlich Anti-Team, ja. Bitte den Hammer nicht. Wobei, man kann ihn droppen, den Hammer. Nein, ich hole ihn nicht. Ich bin da. Ich werde ich buffen. Rudolf. So, warte, ich werde ich buffen. Was macht das Buffen eigentlich? Es macht dich schneller und man wird stärker. Hörbberdungs. Du bist wirklich gut, man. Warte, ich muss ihn töten. 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 Nee, ist es keiner. Ah, ich bin auf. Nein, nicht nice. Hallo, Hammer! Aber das ist schlecht. Hammer hat mich gehammt. Ich ham... Gibt's ein Verb? Ich hammere, du hammerst. Du hammerst? Google, das Verb Google wurde offiziell im Duden aufgenommen. Was googeln? Ich google? Du googelst? Was? Du glaubst es mir nicht. Haha, dann geh googeln! Nein, nicht lustig. Baffen! 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 Oh Gott! Nehm den Hammer! Ich hab die Macht des Hammers! In mir! Ja, wir haben mich abgetötet. Kann man Team? Nein, kann man nicht. Kann man nicht, keine Angst. Aber wieso bin ich genau in diesem Moment? Ach, aber nicht so viel. Knapp war das, Mann. So knapp. Der Hammer-Motor ist genial. Er ist so genial. Was? Ich bin nicht am Auf! Ich bin der am Beschützen! Beschütze mich! Los! Der Heiler ist genial, den wir haben übrigens. Beschützung! Die Beschützung ist am geschehen! Oh Gott! Und ich bin so am Ausführen und ich habe beide getötetet. Nein, ich hab den einen gekriegt, also nur so. Ich brauche jetzt Heilung. Wo ist der Heiler? Gib mir bitte Heilung. Gib mir Heilung. Das ist der Big Bitch. Das ist der Heilungspaket. WTF? Ich hab eh gedrückt! Ich brauche dich! Okay, du hast gesagt. Du hast mich ertäuscht! Ich geh! Ich hab mich selber in die Luft gejagt. Wie? Äh, Leute, ich bin schnell Auf! Ja, ich bin auf meine Granate gesprungen. Du bist Auf! Okay, er ist Auf! Auf! Ja, Auf! Also, bis später! Ciao! Okay, es ist Auf! Sehr schön! Hallo, Jerry? Ja, ich bin noch da! Da hat einer der Hammer! Nein, nicht gut! Huch! Knapp! Ich hole den Hammer! Ich hab den Hammer! Ich hab den Hammer! Das ist Copyright Music, aber das ist egal! Es ist egal! Wir brauchen schon Copyrights! Sorry! Autsch! Äh... Wieso? Oh mein Gott! AFK Warnung! Oh mein Gott! Anti-AFK Warnung! Oh Gott! Ich renne erstmal in eine Bombe rein! Nein! Er hat mich gekennst mit dem Hammer! Ach, du bist so schlecht mit dem Hammer! Was? Nein, es stimmt gar nicht! Ich bin gut! Sehr gut! Den Hammer! Ich töte ihn schnell! Dakt nie muss nie! 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 Ha! Oh, fuck! Er hat euch zerstört! Oh Gott! Er hat mich auch gleich umgebracht! Geht nicht in seine Eiermann! Oh, er macht den Hammer! Oh, er macht den Hammer! Der andere jetzt! Ich werde dich buffen! Er hat nicht viel Leben! Oh, schön! Ja! Der Hammer! Der Hammer wurde getroppt! Ah! Der Hammer! So, wir holen jetzt diesen Hammer! Du bist Hammer! Wir holen den Hammer der Wahrheit! Ich hol ihn! Ich hol ihn! Ich hab die andere Seite! Autsch! Ich bin tot! Oh, lol! Das war schnell! Ich brauche ihn! Nicht so, boy! Du bist so scheiße! Rück doch mal! Buff! 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 So war leider du nicht, dass du kämen können! Aber egal! Ich werde dich buffen! Ich werde dich von hinten buffen! Huh! Come on! Ich bin dich am Waffen! Los! Oh my gosh! Ich hab mich geopfert! Für deine Buffs! Okay! Ich schaff das! Ja! Oh! Nein, nein! Den haben wir gestohlen! Nein! Der hat mich getrunken! Der ist jetzt hier schlecht! Äh, wie kann man Nahkampf, Dingsel? F! F! Was das findet zuerst jetzt so aus, ist nämlich mega stark! Ja, ich hab's auch gerade bemerkt! Der eine hat mich gerade geküllt mit seiner Faust! Und so! Eigentlich macht sich's mit der Buffs ab! Nix! Ich folge dir Schritt! Auf Trip! Da sind Leute! PS! Tritt auf Trip! Nein! Auf Trip! Ich will dich äh... Trippen sehen! Was? Trippen! Trippen auf einem Tripwire! Minecraft! Einem Tripwire! Hast du jetzt gerade Minecraft gesagt? Yep! Ja! Warte! Tripper gesagt, Atom! Ah! Also es gibt noch viele andere Tripper! Das ist einer! Der hab ich nicht! Der war so... Wo ist der Gegner? Ah! Gut! Hammer! Wie du bist! Nein! Du bist im Outfit! Nein! Gamechanger! Ich hab den Dings Gamechanger! Der war mal so der Hit! Hammer! Jetzt bist du stolz auf dich! Er ist dem noch ein Hit! Finde ich! Ich finde das die dem noch gut, ehrlich gesagt! Ja! Ich auch! Es ist gechillt! Wieso war deine Stimme plötzlich 3000 Mal lauter als sonst? Weil ich fast die Klippe runtergegangen wäre! Kann man denn Healer buffen und dann gibt es mehr Heals? Ich glaube schon! Dann gibt es Biffles! Oh wow! Dann gibt es mehrere Biffles! Also der wird es heute nach dem ersten Mal hier! Der bin ich tief! Deshalb wird das danach nicht mehr im Video erscheinen! Und weil ich das jetzt gesagt habe wird der wahrscheinlich erst im Video kommen! Verdammt! Höchstwahrscheinlich schon! Höchstwahrscheinlich schon! Höchstwahrscheinlich schon! Oh Gott! WTF! Wieso kann der so weit in die Luft kumpen? Und dann wie ein... Kumpen! Wieso kann der so kumpen? Wieso? Wieso? Also wenn man den Hammer elektriziziert, anscheinend kann man nicht mehr schlagen damit! Interesting! Ich habe wieder was gelernt! Interessant! Du hast etwas an deinem Körper entdeckt! Du hast etwas Neues entdeckt! Ewig Elefanten! Hehehe Was? Was hat jetzt das mit Elefanten zu tun? Jetzt hast du etwas anders erwartet! Neeee! deren Massive Grosse Elefanten da ist gerade ein Team Ding! Ich glaube der Elefanten ist dein Synonym! Für ein was? Gott! Für ein etwas anderes! Für etwas stärkeres! Grösseres! ARіє buying Ich bin letztens..... wieso bist du plötzlich ich bin da ganz hinten oh mein Gott der Schwabbel da rum oh ja Schwabbel Schwabbel Spongebob das war dann Loadout geht das Spiel das ist gratis es ist Hammer gratis aufs Team das war die Fun das war die Fun das war's für mich das war's für mich Double Double okay gut ich hab mich selbst applaudiert tschüss Failed Bye